Hi, ich bin Robert und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Im ersten Teil dieses Videos über den MRP-Lauf haben wir bereits folgende Dinge gelernt. Was der MRP-Lauf ist und warum er das zentrale Element, ich würde sogar sagen das Herz seines jeden ERP-Systems ist und wir hatten uns angeschaut, wie der MRP-Lauf in SAP umgesetzt ist. In diesem Video schauen wir uns Profi-Tipps rund um den MRP-Lauf in SAP an. Also zum Beispiel wie die ganze Stückliste in der Bedarfs- und Bestandsliste zu sehen ist, mit welchen Materialstammdaten der MRP-Lauf beeinflusst werden kann oder wie Dummy-Baugruppen die Bedarfsplanung vereinfachen können. Fangen wir direkt an. Wenn man nicht warten will, bis der MRP-Lauf in der Nacht läuft, kann man diesen auch für ein ausgewähltes Material manuell starten. Hier also nur für den Kugelschreiber und hier auch für alle dessen Bestandteile. Wenn ein Produkt hergestellt werden soll, dann spielt natürlich auch die Verfügbarkeit der Bestandteile des Produkts eine wichtige Rolle. Von daher kann man sich hier die Stückliste des Kugelschreibers einblenden lassen und beispielsweise in die Bedarfs- und Bestandslisten der Bestandteile des Kugelschreibers wechseln. Hier sieht man jetzt beispielsweise mit einem roten Blitz diejenigen Bestandteile, bei denen eine zeitgerechte Beschaffung nicht so einfach möglich ist und man als Disponent tätig werden muss. Aber blenden wir diesen Materialbaum wieder aus. Wie der MRP-Lauf genau arbeitet, wird stark von den Stammdaten des betrachteten Materials beeinflusst. Das schauen wir uns nun mal näher an. Man kann von der MD04 aus sehr einfach in die betreffenden Stammdaten springen. Man geht über Umfeld und kann sich beispielsweise die Materialdaten anschauen. Die Materialstammdaten, die für den MRP-Lauf relevant sind, finden wir in den Sichten Disposition 1 bis 4. In der Sichtdisposition 1 sind zum Beispiel die für das Material verantwortlichen Disponenten definiert. Und zwar hier in der Einkäufer- und Disponentengruppe. Das Dispositionsmerkmal gibt die genaue Art der Disposition an. Hier kann beispielsweise eingestellt werden, dass der MRP-Lauf das Material gar nicht berücksichtigt. Und auch mit der Dispo-Losgröße wird eingestellt, in welchen Bedarfsmengen das Material beschafft bzw. produziert werden soll. Also beispielsweise immer in einer festen Losgröße oder beispielsweise, dass alle Bedarfe eines Monats zu einer Bestellung zusammengefasst werden sollen etc. In der Sichtdisposition 2 wird mit der Beschaffungsart eingestellt, ob das Material selbst hergestellt oder eingekauft werden soll. Also ob der MRP-Lauf für die Bedarfsdeckung Bestellungen oder Fertigungsaufträge anlegt. Hier sind die Lagerorte angegeben, in denen das Material eingelagert werden soll, nachdem es beispielsweise gefertigt wurde. Hier sieht man auch wichtige Angaben, die die zeitliche Planung der Bedarfsdeckung des Materials beeinflusst. Auch in der Dispositionssicht 3 gibt es viele Einstellungen, die den MRP-Lauf beeinflussen. Hier sieht man beispielsweise die Gesamtwiederbeschaffungszeit, die für den MRP-Lauf eine wichtige Größe ist, um die Beschaffung zeitlich zu planen. Oder hier kann die Strategie der Bedarfsplanung eingestellt werden. Anonyme Fertigung heißt hier beispielsweise, dass das Material nach der Fertigung frei verfügbar ist und beispielsweise nicht für spezielle Kunden geblockt wird. Bleibt noch die Sichtdisposition 4. Hier kann beispielsweise festgelegt werden, ob der MRP-Lauf einzelne Bedarfe zusammenfasst. Ich glaube, das reicht auch erst einmal, was die Materialstammdaten anbelangt. Über das Umfeld kann man sich auch die Produktstruktur anschauen. Hier sehen wir weitere für den MRP-Lauf wichtige Stammdaten, beispielsweise Stücklisten des Materials. Hier sehen wir beispielsweise, dass es sogar zwei Stücklisten gibt, jeweils eine für ein Werk. Hier könnte man sich auch in die Arbeitspläne hinein klicken. Wer mit den Begriffen nichts anfangen kann, schaut bitte die vorhergehenden Videos. Da habe ich diese Stammdaten näher erklärt. Wir springen jetzt mal in die Stückliste. Da es hier noch eine für den MRP-Lauf wichtige Einstellung gibt, und zwar das Kennzeichen einer Dummy-Baugruppe. Ihr wisst ja, die Stückliste gibt an, welches Material man braucht, um ein Material zusammenzusetzen bzw. fertigen zu können. Für den Kugelschreiber würde das so aussehen. Wie wir gelernt haben, würde der MRP-Lauf auch einen Fertigungsauftrag anlegen, um eben aus diesen Bestandteilen den Kugelschreiber zu fertigen. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass jedes dieser Materialien auch wieder eine Stückliste hat, und dementsprechend muss der MRP-Lauf auch für all diese Stücklisten einen Fertigungsauftrag erzeugen. Und wenn diese unteren Materialien wiederum aus anderen Materialien bestehen und eine Stückliste haben, dann würde der MRP-Lauf auch jeweils dafür wieder eigene Fertigungsaufträge erzeugen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Anzahl von Fertigungsaufträgen völlig übertrieben ist. Gerade wenn man bedenkt, dass es hier nur um die Fertigung eines Kugelschreibers geht. Wenn wir nun in unserer oberen Stückliste hier für diese Drückeeinheit das Dummy-Kennzeichen setzen würden, dann würde Folgendes passieren. Für die Montage der Drückeeinheit wird kein extra Fertigungsauftrag erzeugt, sondern diese beiden Fertigungsaufträge werden zu einem zusammengefasst. Der Fertiger bekommt sozusagen für diesen zusammengefassten Fertigungsauftrag nicht nur die Teile des Kugelschreibers, sondern eben auch die der Drückeeinheit und baut eben all das in einem Arbeitsgang zusammen. Also, um die Zusammenfassung der Fertigungsaufträge bzw. Planaufträge zu erreichen, müssen wir einfach nur in unserer obersten Stückliste des Kugelschreibers das Dummy-Baugruppen-Kennzeichen bei der Drückeeinheit setzen. Eine letzte Sache möchte ich noch zeigen. Erinnert euch an den Moment, als wir die MD04 vorhin das erste Mal geöffnet hatten. Wir sind da ja über den Einzeleinstieg reingegangen. Wir können aber auch über den Sammeleinstieg reingehen. Nun öffnet man die Bedarfs- und Bestandsliste nicht für ein einzelnes Material, sondern anhand anderer Kriterien. Zum Beispiel könnte man hier, wenn man Disponent ist, sich seine entsprechende Disponentenrolle heraussuchen und würde dann alle Dispositionselemente sehen, für die man zuständig ist. So kann beispielsweise jeder Disponent seinen Aufgabenbereich abarbeiten. Wer für welches Material zuständig ist, ergibt sich wiederum aus den Materialstammdaten. Ihr erinnert euch, das war in der Sicht Disposition 1. Mit dem Verstehen des MRP-Laufs haben wir einen weiteren großen, wichtigen Schritt unternommen in Richtung, wir verstehen SAP, wir verstehen ERP-Systeme. Im nächsten Video dieser Videoreihe zeige ich euch den kompletten Einkaufsprozess in SAP. Ich werde euch dieses Video und alle folgenden Videos hier in diese Playlist packen. Da findet ihr natürlich auch die vorhergehenden Videos. Und ich werde euch hier noch ein Video verlinken über das Thema Prozessoptimierung. Das ist besonders wichtig, gerade im Zusammenhang mit dem MRP-Lauf. In diesem Sinne, bleibt mit reu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Robert.